Toris Teatime, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Toris Teatime wird präsentiert vom Zukunftsgestalter Tino Hans und vom Finanzierungsarchitekten René Holling. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld in Sachen Privatkredit und Finanzierung. Doch nun heißt es auf eine Tasse Tee mit Inke Hennings und Ken Blöcker. Wir haben heute eine Besonderheit, denn meine beiden Gäste kommen ausnahmsweise mal nicht aus Nordfriesland. Aber wir sprechen hauptsächlich über eine nordfriesische Veranstaltung, bei der die beiden unter anderem geladen sind. Und zwar über die Innovation im Husumer NCC, die nun aufgrund der bekannten Situation komplett digital stattfinden wird. Über diese für Unternehmen so wichtige Messe spreche ich mit der Dittmarscher Unternehmerin Inke Hennings, die sich ihr eigenes Business mit Hundeleckerlis aufgebaut hat. Und dem Geschäftsführer vom Unternehmensverband Unterelbe-Westküste UVUW Ken Blöcker. Schön, ihr beiden, dass wir hier auf eine Tasse Tee gemeinsam hier gefunden haben. Moin. 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 Neue Situation auch für mich. Ich habe erstmals drei Mikrofone dabei. Klingt gar nicht so spannend, aber für mich ist es das komplett neue Setup. Wir werden auch ein bisschen dynamischer hier agieren, zwischendrin Fragen stellen untereinander. Mal gucken, wie das ankommt. Und für alle, die den Podcast jetzt hören, über YouTube gibt es den Podcast jetzt auch im Wodcast, also als Video. Guckt auch gerne mal rein unter TORUS Tea Time bei YouTube. So, wir fangen ausnahmsweise mal nicht mit der Frau an, sondern mit Ken. Schön, dass du hierher gefunden hast. Am 24. und 25. Dezember ist Weihnachten, aber einen Monat vorher. Ist auch was Besonderes und zwar die Innovation. Was ist das? Ja, die Innovation ist eine Messe, in Anführungszeichen, es ist eher ein B2B-Treffen. Ganz kurz, B2B? Business to Business, also nicht B2C, Business to Consumer. Also ein Treffen, wo eigentlich Unternehmer zusammenkommen, Startups vor allem, wo es insbesondere um das Thema New Work geht und um Innovation an der Westküste. Und mit dieser Messe soll vor allem eigentlich der Kontakt unter den Innovationstreibenden in der Region eigentlich gefördert werden. Und da wollten wir eine Plattform schaffen. Und gleichzeitig wollten wir natürlich auch die Möglichkeit da bieten, interessante Referenten zu hören, die wir ja sonst nicht in der Regel hier in der Region haben. Aber diese Messe, dort bin ich mit einem Teil, ich schreibe als Verband einen Preis aus. Aber sonst liegt auch die Organisation der Messe und auch die Finanzierung der Messe hier bei der Messe Husum. Du hast schon einige Sprecherreferenten angesprochen. Kannst du da zwei, drei möglicherweise hervorheben? Die kommen, die kommen, bis auf Inke natürlich. Das wäre der leichte Ausweg jetzt für dich, aus der Frage herauszukommen, falls du die nicht beantworten kannst. Also da sind eine ganz schön Menge hochkarätige Referenten da. Wenn ich da jetzt einen herausheben würde, wäre das, glaube ich, nicht so ganz fair. Aber schaut euch an. Um was geht es bei den Vorträgen, sagen wir mal so? Bei den Vorträgen geht es besonders um das Thema New Work und um das Thema Start-up. Wie findet Unternehmensführung eigentlich heutzutage statt? Wie findet eigentlich das Mobile Work statt? Was ist da bislang möglich? Was gibt es vor allem da schon für praktische Umsetzungen, die jetzt nicht, sagen wir mal, theoretisch nur funktionieren, sondern auch ganz praktisch? Und da haben bereits sehr viele eine Menge Erfahrung mitgesammelt. Und ich glaube, da können wir uns noch eine Menge von abgucken. Inke, du bist ja auch da. Weshalb bist du dabei? Ich darf bei einer Podiumsdiskussion dabei sein, um zum Thema Start-up, also zum Thema Gründen zu erzählen und Frage und Antwort zu stehen. Genau. Was du genau machst, da werden wir gleich drauf eingehen. Ich wollte dich schon mal kurz mit ins Boot holen, um mal wieder kurz zu kennen, zurückzukommen. Das wird ja jetzt nicht, wie gedacht, im NCC stattfinden. Also es wird keine Präsenzveranstaltung. Es wird auch keine Hybridveranstaltung, wie es mal gedacht war, sondern es wird jetzt eine reine digitale Konferenz. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, nochmal vielleicht auch zwei Schritte zurück. Wir saßen schon vor über einem Jahr zusammen natürlich, als es um die Planung dieser Veranstaltung ging. Eigentlich sogar noch weiter davor, als es auch um die Gewinnung von Zuschüssen ging. Und da gingen wir ganz schwer von einer reinen Präsenzveranstaltung aus. Daraufhin wurde es ausgelegt. Nun kam alles anders. Das haben wir mitbekommen. Dann sind wir in der Tat auf eine Hybridveranstaltung geschwenkt. Hier haben die Organisatoren hier gerade in der Messe schon recht sehr frühzeitig, sehr professionell den Schwerpunkt auf das digitale Element gelegt. Und sodass wir wussten, selbst wenn es im Herbst anders aussehen sollte, so wie es leider gekommen ist, können wir relativ schnell aus dem doch Hybriden eine rein digitale Veranstaltung machen. Und es wird, glaube ich, trotzdem hier an der Messe natürlich eine Art Bühne geben, eine Art Studio, wo es auch mit professioneller Studio-Unterstützung, gerade für den Zuschauer, eine ganz kurzweilige, ja, es ist ein Stück weit natürlich auch immer Unterhaltung, damit man auch dabei bleibt bei all den spannenden Themen. Und dafür wird auf jeden Fall mit Sicherheit gesorgt werden, dass man auch zwischen den Sessions springen kann und dass da für jeden auch was dabei ist. Heißt der Besucher der Messe, der sitzt zu Hause und kann sich das über die Plattform Zoom, nehme ich an? Ich weiß gar nicht, über Zoom läuft es nicht. Ich glaube, es läuft über einen anderen Anbieter, mit dem zusammengearbeitet wurde. Aber genau, der Unternehmer, der Zuschauer, der Besucher sitzt zu Hause auf dem Sofa, sitzt in seinem Homeoffice, sitzt. Vielleicht bekommt er aber auch tatsächlich von der Arbeit für diese, das ist ja auch ein Stück weit Fortbildung, Freiraum geschaffen in den Bürozeiten, um sich das anzugucken, ja. Inge, wie stelle ich mir eine digitale Podiumsdiskussion vor? Bist du schon gebrieft, was dich am 24. und 25. erwartet mit einer digitalen Podiumsdiskussion? Ich glaube, die kann man sich genauso vorstellen, als wäre auch Publikum vor Ort. Ken sagte ja gerade, es wird eine Bühne geben, genauso. Also du wirst im NCC sein, du wirst nicht zu Hause sein? Ja, ganz genau. Ich werde vor Ort sein, die Abstandsregeln sind gewahrt und so werden wir ganz normal vor Ort auch die Diskussionen führen und unsere Beiträge dazu bringen. Und die Zuschauer sitzen dann halt nicht live vor uns. Ich glaube, das wird auch nochmal eine spannende Sache, weil man dann nicht mit dem Publikum interagieren kann. Erst dachte ich, oh Gott, dann ist die Aufregung vielleicht nicht ganz so groß. Auf der anderen Seite hat man ja nichts, mit dem man, ja, man hat kein Publikum, in das man gucken kann, sondern eine Kamera. Und das macht die Sache nicht einfacher. Das Publikum kann ja in einer gewissen Weise schon mit dir interagieren. Ich glaube, das Publikum darf ja, oder die Zuschauer dürfen ja Fragen stellen, die dann den Moderatoren, der in dem Fall nicht Moderatore ist, der wird sie dann weiterleiten. Richtig, genau. Man kann, glaube ich, über die Online-Präsenz dann Fragen stellen und die werden dann weitergeleitet. Also schon eine gewisse Interaktivität da. Richtig, genau. Also eine reine digitale Konferenzmesse im hohen Norden, was es nicht alles gibt. Und auf dieser Messe, auf der Agenda, steht auch das Innovationsjuwel. Klingt fancy, was ist denn das? Rein zufällig ist in dem Namen Innovationsjuwel tauchen dort die Buchstaben U, V, U, W auf. Ja, Unternehmerverband Elbe-Westküste. Unternehmensverband unter Elbe-Westküste, genau. Klingt nicht so fancy. Das klingt nicht so fancy, genau. Das stimmt. Naja, nein. Wir haben uns schon vor längerer Zeit gesagt, wir haben so viele doch kreative Köpfe. Hier gerade in Nordfriesland an der Westküste, Solo-Selbstständige, die mit tollen Ideen um die Ecke kommen. Inke ist ja nun eines dieser vielen tollen Beispiele. Und da hat es mich sowieso schon immer gestört oder mich, sag mal, warum findet das eigentlich so, wieso kennt eigentlich nicht jeder, zum Beispiel Inke jetzt hier an der Westküste. Wenn jemand so ein Produkt, sag mal, auch in dieser Schnelligkeit, da wirst du ja vielleicht noch später was zu sagen, aber relativ schnell ja, hast du das aufgezogen. Wir hatten mal drüber schon, aber ich glaube, gute Entwicklungen in den ersten Jahren hingelegt. Und warum kennt das eigentlich nicht jeder? Und warum können sich davon nicht viele einfach auch ein Beispiel nehmen, auch von dem Mut und so? Und wir wollen einfach, ich wollte mit diesem Innovationspreis, wollten wir tatsächlich auch mal eine Bühne bieten, um mal zu zeigen, was wir hier an der Westküste alles haben. Um dann natürlich nicht nur den Gewinnern und Nominierten eine Bühne zu geben, auch über unser durchaus nicht unrelevantes Netzwerk als Arbeitgeberverband der Westküste. Sondern gleichzeitig natürlich auch die Innovation, die es gibt, auch nutzbar zu machen für meine anderen, für meine Mitgliedsunternehmen, für die Unternehmen, für die Arbeitgeber der Region, um tatsächlich das auch dann zum Fliegen zu bringen, sag ich mal. Können wir das ein bisschen greifbarer gestalten? Kannst du jetzt ein, zwei Unternehmen hervorheben, die dabei sind beim Juwel? Oder vielleicht auch aus den letzten Jahren, was hat sich hier in Nordfriesland, in Dithmarschen, an der Westküste, welche Unternehmen sind da hervorgekommen? Dass man merkt, okay, hier passiert wirklich was. Ich würde jetzt tatsächlich mal die mal nehmen, die sich jetzt aktuell auf diesen Preis halt beworben haben. Den haben wir auch erstmalig ausgeschrieben, den gab es bislang noch gar nicht. Da ist zum Beispiel ein, also wir hatten zahlreiche Bewerber, das vielleicht nochmal zum Prozess. Also wir hatten bereits zahlreiche Bewerber, daraufhin hat sich die Jury des Unternehmensverbandes bestehend mit sehr erfahrenen Unternehmern der Region, auch aus Nordfriesland, zusammengesetzt und sich schweren Herzens oder ja, sich für drei entscheiden müssen. Jeder von uns war vielleicht auch schon mal in einer Situation, wo man sich tatsächlich dann am Ende des Tages entscheiden musste. Wir haben uns für drei entschieden. Das ist einmal Hightrain GmbH. Das ist ganz, ganz interessant. Die haben eine farblose Flüssigkeit. Die, wenn sie auf eine Fläche trifft, blaue Punkte sichtbar werden lässt. Und so können Keime und Keimübertragungen tatsächlich sichtbar gemacht werden. Also nicht in echt, sagen wir mal für Schulungszwecke. Damit kann gerade, was das Thema Hygieneschulung anbelangt und so weiter, finden wir das total spannend, was da sozusagen möglich ist. Dann hat sich Sun Oyster aus Halzenbeck bei uns beworben für den Preis, die auch in der Endausscheidung sind. Und das System kann sowohl Strom als auch Wärme halt produzieren mit dieser Solartechnologie. Und die Werbung kann dann einfach und auch kostengünstig mithilfe thermischer Kältemaschinen auch für die Kühlung sorgen, so auch für die Klimatisierung von Gebäuden. Das finden wir auch ein ganz spannendes Thema. Und zum Dritten ist das der Greentech Campus, die sich mit einem elektrischen Vorauslöschfahrzeug beworben haben. Das ist ein E-Feuerwehrauto, wenn man so will. Was zum einen sehr klein und sehr wendig ist, was auch ohne Lkw-Führerschein gefahren werden kann. Was im Übrigen auch ganz interessant ist, weil immer weniger jungen Leute einen Lkw-Führerschein halt haben und auch noch mit unglaublich viel Equipment ausgestattet ist. Das gibt es noch gar nicht auf dem Markt. Das ist das dritte Projekt, was sich bei uns beworben hat. Und wir sind froh, dass wir dem eine Plattform geben können. Ich bin auch froh, dass ein nordfriesisches Unternehmen dabei ist. Sehr spannend, sehr innovativ. Kann man noch abstimmen für die drei? Kann man sich noch informieren über die drei? Und was bekommen die dann? Ja, also die Abstimmung erfolgt noch bis die nächsten zwei Wochen, kurz vor der Veranstaltung selber. Auf der Veranstaltung selber wird dann voraussichtlich auch nochmal ein Pitch stattfinden, der dreien. Und auch noch eine weitere Abstimmung, wo dann beide Ergebnisse reinfließen. Und der Gewinner erhält zweieinhalbtausend Euro von uns als Verband. Aber auch die anderen beiden erhalten natürlich von uns, sage ich mal, entsprechende Aufmerksamkeiten, dass man tatsächlich auch über unser Netzwerk, wie auf die Produkte und Projekte weiterhin aufmerksam machen kann. Und das ist doch, glaube ich, für viele auch interessanter als, mindestens genauso interessant wie zweieinhalbtausend Euro, wenn wir das einfach gerne bei uns in Schaufenster stellen, weil wir das super finden. Kennst du das Projekt Ideenstarter? Ja, das ist ein Innovationspreis, den die Wirtschaftsförderung, glaube ich, für nächstes Frühjahr ausgeschrieben hat. Genau, richtig. Das Projekt hatte ich auch schon bei mir im Podcast. Das sind aber wirklich Unternehmen, die bei null Anfang fassen, die eine Idee haben. Vielleicht sind es auch nicht mal Unternehmen, es sind möglicherweise auch Privatpersonen, die eine Idee haben. Das ist der Unterschied zu euch. Bei euch, das sind schon bestehende Unternehmen, das sind schon bestehende Ideen. Genau, sowohl als auch, wir haben die Ausschreibung auch so offen gehalten, dass wir gesagt haben, wenn du einen Auszubildender bewerten wirst, wenn du einen Mitarbeiter von einem bestehenden Unternehmen bist, aber eine tolle Idee hast für ein Projekt, für eine gut funktionierende Zeiterfassung oder was auch immer. Wir haben nicht gesagt, du brauchst jetzt im Bereich der erneuerbaren Energien eine technologische Innovation, wie auch immer. Da müssen wir natürlich auch ganz ehrlicherweise sagen, wenn wir als branchenübergreifender Arbeitgeberverband können natürlich auch bis ins Detail auch die technischen Innovationen gar nicht dann prüfen. Also deswegen haben wir hier auch natürlich eine Endausscheidung, die glaube ich auch für jeden, der sich die Projekte mal auf unserer Homepage uvow.de auch unter Abstimmung dann einmal anschaut, für jeden sehr sichtlich ist, was da eigentlich hinter steckt und wie das funktioniert. Okay, vielen Dank. Ken, jetzt, was für ein Projekt hattest du denn damals? Gab es für dich auch einen Ideenstarter oder einen UV-UW-Juwel, mit dem du durchgestartet bist oder gab es alles bei dir sowas nicht? Du meinst, dass mir dann den Start, mich zum Start gebracht hat. Ja, also mein Innovationsjuwel war eine Freundin von mir, die mich quasi dazu gebracht hat, das Unternehmen zu gründen letztendlich. Genau. Ich finde auch schön, dass du hier bist, dabei bist. Bei dir ist das alles noch ein bisschen greifbar. Das hat nichts mit Keimen zu tun, nichts mit Solarenergie, nichts mit E-Mobilität. Sondern mit Hundeleckerlis. Tatsächlich nicht, sondern, also die Leckerlis kommen dann rein in unsere Produkte. Ich wollte es ein bisschen plakativer machen. Okay, auch in Ordnung. Genau, also wir sorgen dafür, dass Hundeleckerlis vernünftig und stylisch durch die Gegend getragen werden können. Also ich habe ein produzierendes Unternehmen für im Ursprung den Leckerli-Beutel. Und letztendlich sind da noch mehr Beutel draus geworden, also Gassitasche und so weiter. Und wir gehen jetzt auch in den Lifestyle-Bereich. Das heißt, wir bewegen uns so ein bisschen aus der Hundebranche raus. Aber es geht um den Beutel. Genau. Es geht um den Beutel. Finde ich auch plakativ. Ist auch in Ordnung. Aber wir gehen noch fünf Jahre zurück. Ja. Viereinhalb, fünf Jahre. Anfang 2016. Was ist da passiert bei dir im Leben? Da ist... Was hat sich da verändert? Ja, da ist Inke-Punkt entstanden und... Inke-Punkt. Inke-Punkt, genau. Das Label ist tatsächlich auch eher durch einen Zufall entstanden. Ich habe eine neue Nähmaschine bekommen und wollte damals, was man so macht, so Kosmetik-Täschchen oder irgendwie sowas nähen. Was man so macht, ne? Genau. Tore, du kennst das. Ja, ich kenne das. Ja, oder? Ja, also... Fleißig am Nähen. Genau. Und es sieht ja immer schöner aus, wenn ein Label dran ist. Deswegen habe ich mir damals meinen Namen einfach als Label machen lassen. Und dann waren wir zum Frühstück eingeladen bei einer Freundin und die erwartete einen Welpen. Und ich dachte, was kann ich der mal schönes nähen? Bin losgezogen, habe mir Stoffe gekauft und mir überlegt, wie so ein Leckerli-Beutel aussehen sollte. Habe den Leckerli-Beutel genäht und weil es natürlich schöner ist, das Label mit reingenäht. Und so war dann das Produkt entstanden. Und wie kamst du auf die Idee, das wirklich zur Berufung zu machen? Weil die Resonanz so gut war? Ja, sie sagte dann, sie packte das Geschenk aus und sagte dann, Inke, ich suche seit drei Wochen einen richtig schönen Leckerli-Beutel und es gibt keinen. Du musst damit auf den Markt gehen. Da habe ich gesagt, ja, ja, ja. Ja, okay, so. Aber sie hat das dann verbreitet und dann wollte eine Freundin noch einen haben und dann irgendwie. Und ich war dann irgendwann in Potsdam auf einem Führungskräfteseminar und neben dem Hotel war ein Hundeladen. Und ich dachte mir schon, irgendwo wird es wohl in dem Ort einen Hundeladen geben. Ich frage mal, wie die das tatsächlich finden. Habe vier von diesen Beuteln eingepackt. Im Vorwege schon. Im Vorwege schon. Genau, bin losgezogen und habe dann den Hundeladen gesehen, bin rein und habe gefragt, ob die das toll finden. Ja, lass mal direkt hier. Dann haben wir feierlich die Beutel ins Regal gepackt. Ich habe einen Facebook-Post gemacht und so ist es entstanden. Dann gab es ein Schneeballsystem und ja, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen später sagte ich zu meinem Mann, wenn die ersten Händler uns anfragen, dann haben wir es geschafft. Und so war es dann am Abend tatsächlich. Wir hatten dann die ersten Anfragen, das war echt ganz cool. Und so kam es dann ins Rollen. Hast du selbst Hunde? Ja. Ich habe einen Labrador. Den hättest du mal mitnehmen können. Ja, Dauerbaby. Ich glaube, er hätte uns die Mikrofone runtergerissen oder hätte selber, wäre selber zur Sprache gekommen. Aber wie leicht es sein kann, eine Idee zu finden, eine Idee zu haben, diese zu entwickeln, deinen Beruf draus zu machen. Oftmals hat man das direkt vor der Nase. Ich glaube, viele Menschen haben ganz, ganz viele Ideen und jeder Mensch hat ganz viele Innovationen in seinem Kopf. Auch unser Leckerli-Beutel war ja auf irgendeine Art und Weise irgendwann mal eine Innovation. Also weil das gab es ja einfach nicht auf dem Markt. Das wäre meine nächste Frage. Wer wartet damit einzigartig? Wartet da eine Nische? Wartet da weltweit einzigartig mit? Oder seid ihr? Machen wir uns nichts vor. Es gibt natürlich Leckerli-Beutel. Klar, du kannst zu Fressnapf gehen und kaufst dir einen Leckerli-Beutel. Unser Leckerli-Beutel ist allerdings so gestaltet, dass man ihn sich in unserem Konfigurator zusammenstellen kann. Das heißt, jeder unserer Händler, jeder Endkunde hat die Möglichkeit, sich seinen persönlichen Leckerli-Beutel zusammenzustellen. Außenfarbe, Innenfarbe. Der Aufdruck kann variiert werden. Auch da kann man sich noch aussuchen, in welcher Farbe man den Aufdruck haben möchte. Man darf sich die Karabiner-Farbe aussuchen. Und so gibt es unseren Leckerli-Beutel in unendlich vielen Variationen. Man kann sein Logo draufdrucken lassen. Man kann den Namen des Hundes draufdrucken lassen. Und das gab es vorher nicht. Und nicht despektierlich gemeint, aber Hundebesitzer sind ja verrückt. Positiv. Auf den Hund bezogen. Also die machen ja viel. Die geben ja sehr viel aus. Ja, also Hunde sind ja oft auch Kinderersatz. Oder das zweite, dritte, vierte Kind in der Familie. Und da hat er einfach seinen Platz. Und dafür wird einfach viel Geld ausgegeben. Und es reicht auch nicht, einen Leckerli-Beutel zu haben. Viele haben dann mittlerweile eine ganze Kollektion. Wir bieten Tragetaue dazu an. Dann muss es halt auch nochmal ein anderes Tragetau sein. Also das ist schon, da geht schon was. Da hat sich einiges entwickelt in den letzten fünf Jahren fast. Was hattest du aber für Hürden zum Anfang? Gab es welche für dich? Du hast ein Unternehmen gegründet, hast dich selbstständig gemacht. Ging das von einem Tag auf den anderen, dass du deinen Hauptjob aufgegeben hast? Nein, natürlich nicht. Wie hat sich das entwickelt? Ich habe lange noch tatsächlich in einem Haupterwerb gearbeitet. Habe auch, während ich schon, also während ich noch voll angestellt war, habe ich eine Näherin eingestellt. Weil ich tatsächlich auch ein bisschen Schiss hatte. Ja, es ist ja so. Also der Mut, den man braucht, um sich voll selbstständig zu machen, den hat man nicht sofort. Und es muss sich auch erstmal entwickeln. Also unsere Umsätze waren am Anfang, ich habe letztens nochmal geguckt, das waren dann so 70 Euro im Monat. Oder dann waren es mal 300, dann steigerte sich das so ein bisschen. Da, wo wir heute sind, das war ja damals nicht. Und da hat es auch ein bisschen Zeit gebraucht. Genau. Und irgendwann war dann der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, so jetzt, jetzt mache ich es voll. Jetzt mache ich es. Genau, aber wir haben ja noch eine Marketingagentur dabei. Das heißt, alles, was ich so brauchte an grafischer Unterstützung, habe ich mir tatsächlich direkt ins Team geholt. Und wir refinanzieren uns dann auch dadurch, dass wir anderen Unternehmen unsere Kompetenzen anbieten. Genau. Du bist jetzt eine Unternehmerin, ich betone das. Unternehmerin, weil die meisten Gesprächsgäste, die ich auch habe, sind eher Männer. Weil, das ist so mein Eindruck, korrigiere mich kennen, wenn das falsch ist. Aber ich habe das Gefühl, primär sind es Männer, die sich selbstständig machen, die Unternehmen gründen. Hast du Tipps für junge Mädels, für auch ältere Mädels, die nochmal überlegen, selbst durchzustarten? Ja, habe ich Tipps. Also mutig sein, traut euch, steht zu dem, was ihr tut. Verkauft euch nicht unter Wert. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist am Anfang immer so eine Hürde. Und darüber hatten wir ja gerade gesprochen, tatsächlich auch am Anfang direkt mit Preisen an den Markt zu gehen, die einen dann auch irgendwann mal über Wasser halten können. Also auch ein Leckerli-Beutel braucht einen gewissen Wert, damit er dann auch ein Unternehmen finanziert. Und egal, was man macht, traut euch tatsächlich auch, euch den Preis zu geben, der dann euer Produkt oder eure Dienstleistung auch wert ist. Und macht euch nicht klein. Das gilt aber, glaube ich, für jeden, der sich selbstständig macht, ob jetzt Mann oder Frau, das will ich überhaupt gar nicht unterscheiden. Und bildet euch ein Netzwerk. Also vernetzt euch mit anderen Startups. Und da gibt es gar nicht so viele. Also ich weiß nicht, was du dazu sagst. Ich habe jetzt viele junge Unternehmer auch kennengelernt, viele in Führungspositionen, aber tatsächlich so ein klassisches Startup, davon gibt es nicht so viele. Und gerade die Hürden, die man so am Anfang hat, also man muss sich ja mit so vielen Themen auseinandersetzen, die kann oft auch der Bekanntenkreis oder der Freundeskreis nicht verstehen. Das heißt, also ich kann es nur anbieten, wer will, darf mich gerne irgendwie kontaktieren, wenn man mal eine Frage hat oder mal einen Austausch möchte, weil der ist tatsächlich zu wenig. Denn dass man mal nachts nicht schlafen kann, weil die Umsätze nicht stimmen oder man auch mal nicht weiß, wie man die Rechnung bezahlen soll oder kann, das ist total normal. Aber das versteht halt keiner, der jeden Monat sein Geld überwiesen bekommt und sich über diese Dinge nicht Gedanken machen muss. Ist es irgendwann zu spät, um nochmal etwas Neues anzufangen oder würdest du sagen, das kann man noch immer machen? Immer. Ich bin immer dafür, das zu verwirklichen, was man will und wofür man brennt. Und man kann ja auch mit 40 oder 50 merken, dass man auf einmal ein ganz anderes Thema total spannend findet und da sollte man es tun. Also warum nicht? Ich möchte gleich mit dir noch über die aktuelle Situation sprechen. Ken, um dich noch einmal mit ins Boot zu holen. Wir sprachen gerade von Unterstützung für Unternehmen, für Startups. Inwiefern kann da der UVUW helfen? Und was ist das überhaupt? Das wäre es noch einmal ganz kurz. Okay, fangen wir mit der ersten Frage nochmal an. Also die, wenn es um die Förderberatung geht, das machen tatsächlich die Wirtschaftsförderung. Da kann ich auch hier an die Wirtschaftsförderung hier in Nordfriesland auch verweisen und an die anderen Kollegen, die von der öffentlichen Hand halt Wirtschaftsförderung und Beratung für Förderprogramme anbieten. Das kostet auch nichts, oder? Das kostet nichts. Das ist ja aus Steuergeldern letztendlich finanziert. Nein, das ist ja auch das Interesse der Politik und der Öffentlichkeit, dass die Programme an den Mann, an den Unternehmer, an die Unternehmerinnen halt kommen. Das wäre ja noch schöner. Nee. Und was ist das als Unternehmensverband? Das ist natürlich, wenn man über das eigene Unternehmen spricht, immer schwer in zwei Sätzen zu sagen. Also wir sind der branchenübergreifende Arbeitgeberverband für den Westen von Schleswig-Holstein. Unser Verbandsgebiet umfasst die Kreise Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg. Wir vertreten zurzeit 400 Unternehmen, dabei Unternehmen mit tausend Mann Mitarbeitern, dabei aber auch Unternehmen mit zwei, drei Mitarbeitern. Wir machen zum einen arbeitsrechtliche Beratung. Das heißt, mein Kollege ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Der berät alle Mitgliedsunternehmen im Bereich. Wie ist es mit der Zeugnisformulierung? Wie ist das mit der Abmahnung? Wie ist das mit Kurzarbeit, Geld? All diese Themen ist er unterwegs und wir machen, das ist dann auch eher bei mir, das Thema politische Lobbyarbeit. Aber wie gesagt, nicht für die Tabakindustrie und nicht für die Rüstungsindustrie an sich, sondern für den Mittelständler, für den Unternehmer hier an der Westküste. Und ja, da sind wir tagtäglich natürlich mit unterwegs. Gerade in diesen Zeiten noch viel mehr als natürlich sonst in der Vergangenheit. Ich wollte gerade sagen, bei euch brennt wahrscheinlich auch gerade die Hütte. Ja, denn jetzt ist auch der Punkt, wo man natürlich den Verband dann auch in die Pflicht nimmt. Und das ist auch gut so. Und das freut mich natürlich auch, weil wenn dann wieder positive Rückmeldungen kommen, dass die Unternehmer merken, dass sie auch nicht alleine sind mit den Problemen. Dass sie jemanden haben, den sie darauf ansprechen können. Dass sie jemanden haben können, der auch weiß, wo man das mal adressiert. Gestern habe ich wieder mit dem Staatssekretär telefoniert, mit der Bundestagsabgeordneten ging es um das Thema Soloselbstständige und um diese aktuelle Novemberhilfe. Also da können mich halt die Unternehmen halt jederzeit halt auch ansprechen, weil ich da natürlich auch das dann gezielt halt platziere, auch bei unserem Dachorganisation, dem UV Nord in Rendsburg und in Hamburg, wo wir natürlich auch vernetzt sind. Also da machen wir relativ viel. Wir machen im Normalfall natürlich viele Veranstaltungen, weil unser Thema ist natürlich, die Unternehmen untereinander zu vernetzen, damit man voneinander weiß, damit auch das, was Inke sagte, passiert. Dass der Austausch auch stattfindet, wenn jemand eine Herausforderung, ein Problem, sei es beim Marketing, sei es beim Personal hat und nochmal weiß, ach guck mal, ich meine, du kommst jetzt aus einer ganz anderen Branche, wie gehst du denn das Thema an? Und man stellt halt fest, guck mal, der geht das ganz anders. Das ist ja auch eigentlich ein Ansatz. Aber da fehlen natürlich, wenn man in seinem Bekanntenkreis jetzt nicht nur Selbstständige hat, fehlen da auch manchmal halt auch Ansprechpartner, damit man auch auf einer Ebene sich unterhalten kann. Ganz interessant ist übrigens auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, dann höre ich auch aufzureden. Du sprichst erst drei Minuten am Stück. Ah ja, das geht noch? Okay. Sagst mir Bescheid, wenn ich den Rekord breche. Ja, hast du gleich. Nein, wir haben auch natürlich in dieser ganz schwierigen Zeit recht frühzeitig auch den Unternehmern auch Hilfestellung angeboten, wenn das um, sag mal, wie soll ich sagen, ich kann sagen, Beratung der Seele geht oder einfach auch anders formuliert, sich mit anderen erfahrenen Unternehmern auszutauschen. Da habe ich eine Handvoll an der Hand, die von mir gesagt haben, Blogger, ich habe schon so viel durchgemacht in meinem Unternehmerleben. Ich teile gerne, ich bin total offen und diskret, wenn einfach mal jemand das Bedürfnis hat, sich einfach mal mit jemandem auszutauschen, wie er mit dieser Situation umgehen soll. Weil in der Tat liegen viele auch mal nachts wach und wissen nicht, wie sie die Mitarbeiter bezahlen sollen. Und das ist dann auch immer schon eine ganz andere Nummer. Und diese Belastung, die du ja auch dann kennst als Selbstständige, die findet manchmal auch in der Öffentlichkeit nicht statt. Und diese Wahrnehmung auch, was der Selbstständige halt tatsächlich auch für Risiken trägt, für eine Belastung trägt, da fehlt es dann doch häufig, finde ich, an der Wertschätzung. Was wir jetzt spätestens bei dem Thema auch der Soloselbstständigen merken, wenn es um das Thema Wertschätzung geht. Aber grundsätzlich halt aber auch Unternehmer an sich, ja, mein Mitgliedsunternehmer ist nicht der Porsche-fahrende, wie soll ich, mitarbeiterfeindliche Großkonzernmanager, den manche dann auch vor Augen haben. PS, das haben wir auch manchmal Eindruck, dass das Bild in der Schule vermittelt wird, dass so der Unternehmer sei. Nein, das sind alles, die kennen ihre Mitarbeiter in der Regel mit Vornamen und da steht die Tür offen und versuchen halt immer auch zu unterstützen. Habt ihr Gastronomen bei euch? Wir haben wenig Gastronomen, da bin ich auch dankbar. Ich bin auch in dieser Zeit natürlich dankbar, dass ich einen Verband habe, der branchenübergreifend ist. Das heißt, ich habe tatsächlich Unternehmen, die von der ganzen Situation tatsächlich auch profitieren. Die gibt es auch. Es gibt die, die einfach dieses Jahr kein gutes Jahr machen. Es gibt natürlich auch die, die es richtig hart trifft. Keine Frage. Wen trifft es gerade im November richtig hart? Was würdest du sagen? Sind das Gastronomen oder ist das der Einzelhandel in der Innenstadt? Entweder oder. Das ist ja nicht mal eine Entweder-Oder-Frage. Also es ist, also das trifft alle. Also wenn ich mir jetzt, wir haben uns im Vorwege unterhalten, die Husumer Innenstadt angucke und mir dann ausmale, wie es den Einzelhandel trifft, das ist schon enorm. Also das, durch die November-Hilfe glaube ich, dass, wenn es bei den Hotels und Gastronomen ankommt, so wie wir uns das vorstellen, mit den 75 Prozent des Umsatzes als direkten Zuschuss, glaube ich, dass da für diesen Monat doch, ja, dass das eine ordentliche Lösung ist, wenn die Bürokratiefall funktioniert. Aber auch da reden wir dann, was ist nach dem Monat? Also das Problem bleibt leider bestehen. Du sprachst davon, dass du auch Kontakte in die Politik hast oder die Kontakte pflegst in die Politik. Glaubst du, es kommt noch eine weitere Hilfe für Einzelhändler? Weil teilweise sind die Läden den ganzen Tag auf, die Leute, die Mitarbeiter rennen rum, stehen sich die Beine in den Bauch, aber ist kein Kunde da. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es explizit nur für den Einzelhandel noch ein sonderes Förderprogramm aufgelegt wird, glaube ich nicht. Ich glaube, da wird nach wie vor verwiesen werden auf die Überbrückungshilfen und auf natürlich das Thema Kurzarbeitergeld, was ehrlicherweise auch wirklich ein ganz hervorragendes Produkt ist, das müssen wir sagen. Wir haben wirklich viele in Anspruch genommen und damit haben wir auch sehr viele Arbeitsplätze auch in dieser Krise retten können. So ist es, ja. Der Lockdown-Light, wie er heißt, würdest du sagen, der war notwendig, der ist richtig oder wie hättest du es gemacht, wenn du könntest, wenn du in dieser undankbaren Position wärst, in der sich Angela Merkel befindet? Das muss man ja ganz klar sagen. Ja, das ist eine, du stellst die Frage, die eigentlich keiner hören möchte, weil es, keiner möchte in der Situation sein, das entscheiden zu müssen. Ich bekomme auch vereinzelnd auch Rückmeldungen von Unternehmern, die mir sagen, Herr Blöcker, grundsätzlich finde ich nicht, dass ihr die Maßnahmen der Politik mittragen sollt. Ihr seid da, um rein die Interessen der Wirtschaft zu vertreten und nicht die Gesundheit der Gesellschaft. Das sehe ich ein bisschen anders. Wir müssen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter geschützt werden. Die Mitarbeiter geschützt werden vor Infektionen. Und wenn tatsächlich die Infektionsraten hoch sind, wird es auch in die Mitarbeiterschaft reingetragen werden, weil sie sich natürlich auch privat bewegen. Und wenn wir die Mitarbeiter infiziert haben, brauche ich gar nicht darüber nachdenken, was das für Auswirkungen für das produzierende Unternehmen oder für das Unternehmen halt an sich hat. Deswegen, ich hätte das wahrscheinlich mit kleinen Nuancen vielleicht wahrscheinlich genauso entschieden. Und ich trage bislang oder wir als Verband diese Maßnahmen sehr, sehr schweren Herzens, aber nach wie vor halt mit. Wir sehen leider keine wirkliche Alternative. Wir haben ja auch eine Einzelhändlerin hier bei uns am Tisch mit Sitzen. Ja, sozusagen. Du hast auch deinen Online-Shop, aber du betreibst auch einen Laden. Ja, ich betreibe tatsächlich keinen Laden, sondern wir sind ja das produzierende Unternehmen. Wir haben einen Online-Shop und leben auch von Endkunden. Aber unser Hauptmarkt ist tatsächlich der Einzelhandel. Das heißt, wir beliefern mittlerweile etwas über 100 Läden in gut sechs Länder. Und haben natürlich ganz klar gespürt, als der Lockdown war und der Einzelhandel zugemacht hat. Also ihr seid der bekannte Rattenschwanz. Wir sind der bekannte Rattenschwanz. Aber gerade in der Zeit haben wir versucht, als Hersteller den Handel, also den Einzelhandel vor Ort zu unterstützen. Das heißt, wir haben zum Beispiel den Endkunden die Möglichkeit gegeben, im Bestellvorgang anzugeben, bei welchem Händler vor Ort sie ganz gerne gekauft hätten. Und haben dem dann seine normale Marge weitergegeben. Und wir haben auch versucht, das so ein bisschen öffentlich zu machen und auch andere Hersteller aufzufordern, dahingehend den Einzelhandel zu unterstützen und Margen weiterzugeben. Damit diejenigen, die uns letztendlich finanzieren am Ende, nicht weg sind. Und wenn dann der Lockdown vorbei ist, habe ich natürlich toll ein gutes Online-Geschäft gemacht, aber habe dann nicht mehr die an der Hand, die mich letztendlich ja auch finanzieren, nämlich der Einzelhandel. Und da ist irgendwie keiner aufgesprungen, auch aus unserer Branche nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Aber es hat den Handel vor Ort gestützt. Also wir haben so viele gute Gespräche in der Zeit geführt, auch mit unseren Kunden, also mit den Händlern vor Ort. Die gesagt haben, danke, also es bringt uns jetzt nicht wahnsinnig viel, aber Skype hat es möglich gemacht. Wir haben dann mit denen telefoniert und wir haben lange zusammen Kaffee getrunken und haben uns ausgetauscht und haben auch mal die Sorgen ausgetauscht. Und das hat echt geholfen. Und da hätten sich vielleicht auch ein paar Hersteller anschließen können. Und vielleicht ist es so für die Zukunft auch nochmal eine Idee, dass man sagt, alles was online passiert, da kann man einen Teil der Marge weitergeben an den Handel vor Ort. Und apropos Zukunft, wenn wir davon ausgehen, was hoffentlich der Fall ist, dass sich 2021, dass sich das alles wieder ein bisschen beruhigt, hoffen wir einfach mal. Wie planst du deine Zukunft von Inke Punkt? Wie ich meine Zukunft plane? Für das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren. Hast du dir einen Plan gemacht? Hast du eine Vision, wie es weitergehen kann? Oder bevor du auf die Frage antwortest, hättest du dir vor fünf Jahren denken können, dass du mittlerweile Geschäftsführerin und Arbeitgeberin bist? Niemals. Auf gar keinen Fall. Und ja, so soll es natürlich weitergehen. Das ist so der Traum. Also wir haben ja so ein jährliches Wachstum, das wir anstreben. Das haben wir in den letzten fünf Jahren auch immer eingehalten. Und so soll es weitergehen. Gesund wachsen. Und da muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt auf einmal nach fünf Jahren Porsche fahren kann und sich die Taschen vollstopft. Im Gegenteil. Mir wurde am Anfang gesagt, wenn du fünf Jahre schaffst, dann hast du es geschafft. Totaler Quatsch. Außer man, es explodiert so sehr, dass man nicht mehr weiß, wohin. Das wird wohl im Leckerli-Beutel-Business nicht passieren. Das könnte man ja aber fast meinen. In sechs verschiedenen Ländern habt ihr eure Kunden, also habt ihr Unternehmen. Ja, aber ich investiere auch immer wieder in neues Personal. Also da die Prozesse zu vereinfachen, neue Sachen anzubieten, um dann irgendwann so den Return on Invest zu bekommen. Und immer auch neuen Leuten in der Region einen Arbeitsplatz zu geben. Und das stand auch immer an erster Stelle, dass wir das auch dann halten können und auch weiter ausbauen können. Genau. Also die nächsten fünf Jahre sollen so weitergehen wie jetzt. Wenn ich es hochrechne, dann sprechen wir in fünf noch. Ja, nochmal. Dann könnte das ganz cool aussehen. Aber ich hoffe, dann sprechen wir schon im Fernsehen miteinander, dass ich dir dann die Fragen stelle. Jetzt sprechen wir über deine nächsten vier Jahre. Genau, jetzt sprechen wir über deine nächsten fünf Jahre. Jetzt läuft die Zeit auch langsam ab. Wir sind bei 40 Minuten. Ich erwarte dann auch die Einladung. Ja, das ist jetzt nicht schwarz auf weiß, aber jetzt haben es alle gehört. Ja, hervorragend. Würde ich mich freuen. Und Ken, du darfst dann auch sehr gerne dabei sein. Oh ja, vielen Dank. Wo siehst du dich in fünf Jahren? In einer Talkshow mit dir. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Okay, und wer bist du dann? Als was bist du dann da? Oh ja, als was bin ich denn da? Dann bin ich immer noch wahrscheinlich Geschäftsführer vom Unternehmensverband unter Elbe Westküste. Aber wir haben mittlerweile nicht 400, sondern 4000 Unternehmen und darunter ungefähr 1000 neu innovative Unternehmen, die sich untereinander austauschen. Und da haben wir die Plattform zu gebieten, geboten und den Startpunkt zugegeben. Und deswegen sitze ich in der NDR Talkshow. Ja, ist in Ordnung. Wir müssen alle groß träumen. Das tust du offensichtlich. Geht noch größer. Bin ich mir sicher, ja. Aber NDR Talkshow, das ist ein gutes Format, ja. Ja, oder? Absolut. Ich gebe mir Mühe. Wir geben uns alle Mühe. Letzte Frage. Themenbasiert, Ken. Warum sollte man gerade in der jetzigen Zeit zu einer Konferenz wie der Innovation gehen? Was bietet sie gerade in dieser Phase? Sie bietet gerade in dieser Phase eigentlich die Möglichkeit, sich zu, also wir haben doch gerade jetzt gemerkt, das letzte halbe Jahr, was wir eigentlich so verpasst haben, was eigentlich schon lange möglich war. Also viele Dinge, die einfach vor uns hergeschoben sind, weil wir unser Alltagsgeschäft meistern mussten, konnten wir und den konnten wir uns nicht widmen. Haben wir uns nicht gewidmet, sagen wir mal so. Und wir stellen halt jetzt fest, hm, wäre wahrscheinlich cool gewesen, wärst du früher schon auf den einen oder anderen Zug aufgesprungen. Auf Deutsch gesagt, es macht durchaus Sinn, diese jetzige Zeit zu nutzen, sich links und rechts umzugucken. Was ist nicht schon alles möglich? Was machen andere? Wo kann ich was abgucken? Und das auch noch digital und bequem. Also ich glaube, das ist eine ganz hervorragende Möglichkeit. Sehr schön. Am 24. und 25. November findet die Innovation digital statt. Und meine abschließende Frage an euch beide, bitte einzeln antworten. Mit wem würdet ihr denn gerne mal eine Tasse Tee trinken? Jetzt würde ich mal sagen, Ladies first. Jetzt freust du dich, weil du Zeit hast zu überlegen. Ganz ehrlich, mit meinem Hund, wenn der sprechen könnte. Ich sag ja, verrückt. Ja, ernsthaft. Also nicht mit dem Labrador, sondern mit dem anderen. Ich hab noch eine Schäferhundmischling. Mit dem würde ich total gerne mal sprechen und eine Tasse Tee trinken. Sehr kreative Antwort, gefällt mir sehr gut. Weil der krieg ja einiges mit. Ja, weniger kreativ, aber ich glaube mit meinen verstorbenen Großeltern mal. Weil man doch, wenn die ja doch so jugendlich sind, also wenn die ja häufig dann von einem gehen, man ja noch gar nicht das Gefühl hat dafür, was die sozusagen eigentlich alles durchgemacht haben im Leben. Und mit so weiter, mit Ende 30, dann hat man doch die einen oder anderen Fragen, die man ja nicht mehr beantwortet bekommt. Also ich glaube, wenn das alles möglich wäre, das. Absolut. Gutes Stichwort auch mit, was die durchgemacht haben, die Großeltern, während sie jung waren. Und was unsere Generation oder die Generation unter mir noch jetzt gerade durchmachen muss, in Anführungszeichen, dass sie einfach nicht saufen gehen können während Corona. Da ist, glaube ich, kein Verhältnis. Ganz vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass wir zusammengesessen haben und, naja, ein bisschen über die Wirtschaft hier vor Ort sprechen konnten, über einige innovative Ideen und Entwicklungen sprechen konnten. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wer möchte, seht euch am 24. und 25. November bei der Innovation Digital. So ist es. Alles Gute. Sehto. TORIS T-Time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. TORIS 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 Untertitelung des ZDF, 2020